In diesem Video werden wir uns mit dem Thema Wohngeld beschäftigen. Wie Sie sicherlich wissen, steigen die Mieten und bezahlbarer Wohnraum wird immer knapper. Um diesem Problem entgegenzuwirken, hat der Staat verschiedene Maßnahmen eingeführt, wie zum Beispiel die Mietpreisbremse und die Förderung des sozialen Wohnungsbaus. Eine weitere wichtige Maßnahme ist das Wohngeld. Es richtet sich an Bezier kleinerer Einkommen und soll dazu beitragen, dass diese Menschen sich eine angemessene Wohnung leisten können. In diesem Video werden wir Ihnen die zehn wichtigsten Fragen und Antworten rund um das Thema Wohngeld vorstellen, damit Sie bestens informiert sind und Ihre Ansprüche geltend machen können. Punkt 1. Wer kann Wohngeld beantragen? Alle Regelungen zum Wohngeld in Deutschland finden sich im Wohngeldgesetz. Dieses ist ein Teil des Sozialgesetzes und soll der wirtschaftlichen Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens dienen. Ziel des staatlichen Zuschusses ist also die finanzielle Unterstützung von Geringverdienern sowie Familien, sodass ihre Belastung durch Wohnkosten erträglich bleibt und sie sich gleichzeitig angemessenen Wohnraum leisten können. Anspruch auf Wohngeld haben Mieter einer Wohnung, auch als Untermieter Eigentümer an selbstgenutztem Wohnraum Nutzung einer genossenschaftlichen Wohnung Personen, die im eigenen Haus mit mindestens zwei Wohnungen wohnen Heimbewohner, Pflegebedürftige oder Behinderte Punkt 2. Wohngeld für Inhaber von Eigenheimen oder Wohnungen Wohngeld können auch Besitzer von Immobilien beantragen, wenn sie finanzielle Unterstützung benötigen. Das Wohngeld wird dann als Lastenzuschuss bezeichnet, weil sie einen Teil der regelmäßigen Belastung übernimmt, in der Regel sind das anteilige Tilgungskosten für den noch laufenden Kredit. Punkt 3. Wann wird der Wohngeldantrag abgelehnt? Da dieser staatliche Zuschuss nur wirklich Bedürftigen zukommen soll, gibt es strenge Ausschlusskriterien. Wohngeld hängt vor allem von der monatlichen Belastung, also der Miete oder den Kosten des Eigenheims, von der Höhe des Einkommens und von der Anzahl der Personen ab, die im gemeinsamen Haushalt leben. Zu einem Haushalt gehören Ehegatten und auch gleichgeschlechtliche Partner, solange sie nicht getrennt leben. Partner in eheähnlichen Verhältnissen, wenn sie füreinander wirtschaftlich einstehen. Verwandte 1., 2. oder 3. Grades Pflegekinder und Pflegeelternteile Pro Haushalt wird nur ein Wohngeldantrag gestattet. Der Antrag auf Wohngeld wird abgelehnt, wenn Verwertbares Vermögen oberhalb eines Freibetrages in Höhe von 60.000 Euro für den Antragsteller sowie jeweils 30.000 Euro für jedes weitere Haushaltsmitglied vorhanden ist. Der Antragsteller bereits Transferleistungen, Bürgergeldleistungen oder Sozialgeld, Grundsicherung im Alter, BAföG oder Ausbildungsgeld, Grundleistungen nach dem Asylbewerbergesetz, bezieht. Auch bei Überschreitung bestimmter Einkommensgrenzen wird kein Wohngeld mehr gewährt. Punkt 4. Wie hoch ist das Wohngeld? Drei Faktoren bestimmen die Höhe des Wohngeldes, die Anzahl der Haushaltsmitglieder, deren Einkommen sowie die Höhe der Miete und die damit verbundene Mietstufe der Gemeinde, in der der Antragsteller wohnt. Allen deutschen Kommunen wurden bis Ende 2019 sechs festgelegte Mietstufen, seit 2020 sind es sieben Mietstufen, zugeordnet, um die unterschiedlichen Wohnkosten in unserem Land zu berücksichtigen. So ist die Miete in München teurer als in Bremen, in städtischen Ballungsgebieten sind die Wohnkosten höher als im ländlichen Raum. Die Ermittlung des Wohngeldes erfolgt dann gestaffelt, es ist auf einen Höchstbetrag begrenzt. In Mietstufe 1 hat ein alleinlebender Wohngeldberechtigter 2023 einen Höchstanspruch von 347 Euro, in Mietstufe 7 sind es 651 Euro. Dazu kommt noch eine Heizkostenentlastung. Punkt 5. Wie wird Wohngeld berechnet? Die Berechnung des Wohngeldes erfolgt auf der Grundlage des Einkommens sowie der Zahl der Haushaltsmitglieder, daher veröffentlicht das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen auch regelmäßig Wohngeldtabellen, sobald sich wichtige Berechnungsgrößen ändern. Über die Wohngeldreform 2023 wurden die Sätze ab 2023 erhöht, das Wohngeld wurde zuvor zum 1. Januar 2022 erstmals automatisch entsprechend der Miet- und Einkommensentwicklung erhöht. Dabei werden die Tabellen für die Höchstbeträge zum Wohngeld nach oben angepasst. Punkt 6. Wo kann ich den Antrag auf Wohngeld stellen? Das ist in den Bundesländern und Gemeinden unterschiedlich geregelt. Oft gibt es spezielle Wohngeldstellen, in anderen Kommunen wie da kann der Antrag auf Wohngeld auch beim Sozialamt abgegeben werden. Fragen Sie hier am besten in Ihrer zuständigen Verwaltung nach. Punkt 7. Welche Dokumente für Wohngeldantrag? Staatliche Leistungen wie Wohngeld gibt es nur auf schriftlichen Antrag. Achtung, Wohngeld wird nicht rückwirkend gezahlt. Der Anspruch auf das Wohngeld entsteht erst mit dem Monat, in dem der Antrag eingereicht wird. Vollständig braucht er noch nicht zu sein, Unterlagen können durchaus auch nachgereicht werden. Für die Bearbeitung des ersten Antrags sollten Sie mindestens 5 bis 6 Wochen einplanen. Bei Folgeanträgen geht es dann meist etwas schneller. Neben dem ausgefüllten Antragsformular wird in der Regel eine Verdienstbescheinigung benötigt. Außerdem fragen die Behörden nach Unterhaltsverpflichtungen und Vermögensverhältnissen. Punkt 8. Wo erhalte ich ein Formular? Jede Behörde, die Wohngeldanträge entgegennimmt, wird auch Formulare herausgeben. Schneller geht es per Download im Internet. Achten Sie hier darauf, dass sich die Muster von Bundesland zu Bundesland unterscheiden können. Je nach Antragsteller gibt es unterschiedliche Formulare. Punkt 9. Wie lange wird Wohngeld gezahlt? Der Zuschuss zur Miete oder zur Monatsbelastung wird für zwölf Monate gewährt, danach muss er erneut beantragt werden. Punkt 10. Muss man Änderungen melden? Wer staatliche Leistungen aufgrund seiner Lebens- und Einkommenssituation erhält, muss gravierende Änderungen unverzüglich mitteilen. Dazu zählt etwa ein Wohnungswechsel, die Erhöhung des Einkommens um mehr als 15% oder die Änderung der Anzahl der Haushaltsmitglieder. Unter Umständen kann die Behörde zu viel gezahltes Wohngeld zurückfordern. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Wohngeld eine wichtige Möglichkeit für Geringverdiener und Familien ist, ihre Wohnkosten zu regulieren und angemessenen Wohnraum zu erhalten. Wie sind eure Erfahrungen mit dem Thema Wohngeld? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.